ich bin so am arsch ich bin so am arsch warte was ist alles habe ich nicht warte mal konstruktionen errichten nein wo habe ich denn mein ich hab doch so schlimm ist es nicht ich hab doch wieso habe ich noch die granate in der hand naja weil ich die gebraucht habe ich hab doch sag doch mal eben wo ist denn mein behälter reparaturspray so kann ich das jetzt irgendwie nutzen so wie kann ich das jetzt benutzen ich kann das nur auf dem rücken tragen ja da muss ich halt einfach auf dem rücken tragen so wo ist mein ziel du willst mich da jetzt verarschen das ist mein ziel und ich bin da schaffe ich auf gar keinen fall wenn ich jetzt gleich wieder durch das gd-gebiet muss dann bin ich sowas von am arsch nicht ich bin da trage bleiben knapp gibt es eine möglichkeit dass ich nicht durch das gd-gebiet muss die waffeneinschränkung aufgehoben ich brauche was um nicht zu sterben oh ja wir müssen würmer essen sagt er mir hier das gd-gebiet beginnt abbauen nein warum sollte ich ein schild abbauen ich bin da nicht hier bin ich nicht ich 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 Ja, ich weiß, aber hilft halt, ne? Alter, das schaff ich doch niemals Ja, ich weiß, Tja, Heulen nutzt nichts, ne? Was ist das? Sorry, ich habe keinen Platz, keine Zeit für verlorene Farben. Tut mir leid, geht nicht. Das er mir auf der Karte aber auch nicht anzeigt, wo BD-Gebiet ist und wo nicht, ne? Weiß nicht, was diese Leute von der BD-Gebiet ist. Und wenn ich versuche, die Senke zu vermeiden? Gut, wir haben immer noch schnell. Fuck. Schön, Lantern. Wieso gehst du da nicht lang? Geh da am Rand lang. Geh da. Geh da. Das hilft mir ja mal überhaupt nicht. Alter, bist du doof? Ernsthaft? Da geht durch. Ich kann den nicht hier da abbauen, ne? Ach, scheiße. Ich werde die irgendwann brauchen. Ich werde das bereuen, dass ich die hier benutzt habe. Bleib stehen! Alter! Geht so gut? Geht so gut. Geht so gut. Geht so gut. Geht so gut. Ich bin sowieso allediert. Was ist das? Warte mal, könnte ich das nicht eigentlich... Verdammt! In irgendeinem Briefkasten packen und dann an einer anderen Stelle wieder rausholen? Nein, nein, das geht nicht... Ach... Bitte dranbleiben! Hef! 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 Ich hab keiner verlorene Fracht dabei! Das war's. Ah, wie geil. 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 Okay. Ah, wie geil. Ah, wie geil. Ah, wie geil. Alter, wie geil. Alter, wie geil. Ah, 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 wie geil. Wie geil. , 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 wie geil. wie geil. , 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 wie geil. Und die lahm. Wie geil. Wie geil. , wie geil. , wie geil. Missionen abgeschlossen. Da lag mal schön auf hier. Ich weiß nicht, was diese Leute unabhängig tun werden. Hm. Echt? So weit ist das noch? Okay. Schnell auf, Gass. So weit. So weit. So weit. So weit. Das war's für heute. Alter. Das Fahren müssen wir aber noch ein bisschen optimieren, oder? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich muss mal die Steuerung von der Motorrad angucken. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.